Ich kann nicht mehr. Hallo meine Lieben, hier ist wieder eure Sam aus den EDD. Wusstet ihr schon, dass es tatsächlich nicht nur den Samstag gibt, Also nicht nur ich erzähle euch was über die Pflege und die speziellen Bereiche bei den EDD, sondern das tun auch meine zwei lieben Kollegen und zwar der Tim und der Marvin. Die haben damals einen Podcast gestartet, schon in der Ausbildung und vertreten den Bereich Heilerziehungspflege. Ein sehr spannendes Thema. Den Podcast könnt ihr euch überall auf allen Plattformen anhören, wo man halt den Podcast hören kann. Ich werde euch hier den Link einmal einblenden. Wenn ihr Zeit habt, hört rein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Eure Sam. Wie komme ich denn jetzt hier wieder zurück? Die haben damit in der Ausbildung angefangen und zwar... Das wird jetzt schwierig. Das funktioniert nicht. Hallo meine Lieben. Hier ist wieder eure Sam aus den... Aus den Kofferkommten. Warum? 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020